Wir gehen mal gucken. Ich hätte gerade Holz gerne im... Das Holz. Soll ich es abbauen, soll ich es abbauen? Warte mal, warte mal, warte mal, das wird... Warte. Lass mich gerade mal... Ne, wird doch nicht angezeigt. Ich hatte gerade... Es hat gerade ausgeguckt, als würde das... Soll ich es abbauen, soll ich es abbauen? Soll ich es abbauen, soll ich es abbauen? Nein, wir haben nichts gebraucht, wir haben eine Quest. Siehste, ich bin so Teamspieler, ich lass dir das Holz. Aber du, ne. Ah, fertig, gut. Ah, fuu, geh weg, du blöde Kuh! Scheiße. Au! Ich hab gerade Sturzangriff gemacht, ich wollte das Erd haben, aber... Die war schneller. Jules. Ja. Klack, klack, klack. Irgendwann ist der scheiß Raucher. Boah. Kinder, merkt euch eins, brauchen es ungesund. Drugs are bad, girl. Ja. Außer ihr habt Ketamin. Ha, 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 ha! Nein, ich werde keine Auskunft dazu geben. Das hat komische Nebenwirkungen, wenn das Zeug kommt. Ja, man wird ein bisschen gesprächiger. Steck ich jetzt bloß da hinten so ein Fest oder wie? Nein. Hier! Jetzt! Meins! Ach, das hat mich schon wieder ein Haxen verstaucht. Nur Kupfer drin. So kann man Dings nicht, nicht, nicht traden. Was ist das für ein Blödsinn? Abschluss! 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 Das ist schön, dass du mir die Daumen drückst. Die sind halt freundlich. Ne, Sache, die sind sehr freundlich in dem Spiel. Hm, wie steht das denn nicht mal in der Falle? Äh, was brauche ich denn? Ich nehme mal Eisen mit. Eisen nicht in dem Eschen, Holt. Just to be on the safe sides mit dem scheiß Holz. Oh, apropos Holz. Hier unten steht ein ganzer, ganzer, ganzer Haufen. Neue, nein Matsch, nein! Abschluss! So. Deine Fragmente steckst mich fest. Ah, so, ich muss dir nur noch abgeben. Na, nein, ich brauche mich ab 8 von 10. Von was? 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 Susann der Energie. schluss der energie ist nur aufschnitt so was habe ich nicht ich muss dahin dabei mit links dahin blickt jetzt gar nichts mehr mir kriegt jetzt gar nichts mehr dann hast du mich fest vergessen aber ich gekauft habe nichts angezeigt außer die eine wiederholbare ich habe da hinten jetzt eine ich habe gerade bekommen findet findet nur ein ne breit was ist das hier breitspanns farm der aufenthaltsort von jails er findet neu die quest habe ich unten bei den typen bekommen bei dem wo man gerade die quest abbegeben haben nicht die zweite sondern die erste hast bestimmt hinten von den von den typen und mir hat vergessen ich habe keine Ahnung was ich gehen soll ich darf am Ende wird nichts angezeigt nur mir ausstellen die wird mir angezeigt mir aus was brauchst du was musst du sammeln ob Wende des steins der Führung das war aber bestimmt irgendwo da hinten ich kann mich auch nicht daran erinnern dass ich viel weiter gespielt habe ich war ja mal kurz mit dem John Liner war ich habe eigentlich nur den Wolf nochmal umgehauen weil ich so ein Zahnbruch wollte die GRCH auch das ? das ? des ? 2 ? also da geben halt die abgeben vielleicht habe ich die doch noch da bin ich bin gerade nicht mehr so sicher nicht nur seit 0 den Aufenthaltsort von JL das ist aber auch ne Blau, weißt die, ich hab Lust der Energie, heißt die ja, vielleicht krieg ich die, wenn ich jetzt bei Noel bin muss mal gucken oh, ich hänge am Hügel hab ich nur noch neben ich hab zwei blaue Orten, einmal starb des Abenteurer Veteranen und dann der Aufenthaltsort von JL und dann hab ich noch Entdecker, Handbuch für Lehrlinge 2 und wiederholbar Kochkampf ah, ich glaub das mit dem ja, das ist glaub ich die eine Quest, wo ich ihn fertig gemacht hab für mein neues Schwert aber das Wooten na, drei Leute die gleiche Idee gehabt, oder was? alle stößen sich aufs Flüchen was ist da um das für'n Ring, hab ich jetzt mal gucken das hatte ich vorhin auch ne, ist irgendein Handwerker aber hier muss ich eh hin Zubehörhandwerker hier neul hier gibt's Ringer Kosta-Quanta, ah ne, zum Dingstar ach du Scheiße jetzt hab ich der großzügige Baum jetzt muss ich feuchtes Feuerholz sammeln so, das hatte ich nicht, da bin ich mir ziemlich sicher wo der hat noch nen Küsten oh Gott von Holzfällern und Seelenbäumen schalte die Seelenbäume aus, älfstück ja dann fehlt hier hinten irgendwas ja, aber was und wo? ich hab keine Ahnung wo gibt's Ringer? bei dem Handwerker da, aber das heißt Zubehörer um die zu craften, müsste man noch ein paar mal das Wölfchen schauen wow ich könnte einen craften, ich hab zwei Therese's Giftzahn nach Therese's Therese's und Seelenbaumwurzeln oder was fehlt? auf dem Map wird mir aber nichts angezeigt mach mal, ich bin hier da kann ich mit dir mitreden oh, du warst durchdurch nicht online, oder? nein, gar nichts ok vielleicht hab ich die eine, du bist einfach noch nicht fertig ich denk mal, das wird's sein ja, hier ist eben davon aus aber wer ist hier davon? ah, diese Steinfragmenter-Dinger da Töte wilde Tiere auf der Ebene also, das heißt ich geh jetzt mal ein bisschen Tiere crampen ah, da hat die Spinnen und sowas mach die Wölfe ja, bin auf dem Weg na Leute, wir sehen uns dann gleich, wenn ich meine zwei Steine gefunden hab, also ja, bis gleich die Bäumchen killen und wir müssen zurück wir sind wieder da, live auf Sendung wir müssen Bäumchen holzen ja, ich hab hier gerade schon Holz gefunden ich auch ich will, ich will zu dir spinnen, deswegen hab ich die Aufnahme gerade so schnell gestartet die Haut gerade jemand, ich versuch gerade durch die ganzen anderen Spinnchen durchzulaufen oh, nein, ich glaub schon, das geht oh, nein, ich glaub schon, das geht Hallöchen was bist du? ne Spinner ah, da geh ich mal bisschen was drauf ich hab das Gefühl, die muss auch wieder auch noch rumhauen das ist die Königin Thereses ich hab ein ungutes Gefühl ich auch, wenn wir ne dreiviertel Stunde brauchen, dann ist viel um zu bauen ja wir brauchen jetzt erstmal wahrscheinlich ne Stunde hier, um das ganze Holz zu sammeln du blöde Fotze ey ahhhh ahhhh Scheitspinner ich will doch nur das Blümchen sammeln machen Spinnchen macht Schaden echt? ja das nicht, die fallen ziemlich schnell um was brauchen wir überhaupt? Abzeichen und Feuerholz ein Holz und Bäumchen Bäumchen? ja, der Noel hatte noch ne Quest echt? ja hab ich die angenommen? glaub schon vielleicht wird mir die Quest einfach noch nicht angezeigt schalte hier von Holzfällern und Zielenbäumen schalte die Bäumchen aus ja, ich sie, ich sie ich hab grad nur auf die blaue Quest geachtet hier liegt ein ganzer Stapel Holz und da sind immer nur ein oder zwei Holz drin, ey ich soll doch kotzen hallo Bäumchen hallo Bäumchen ach die droppen das Holz auch au der hat mir ins Gesicht getreten Dreh zurück ich hab umgeschmissen oh, krieg erstmal ne Faul, fast mal Kiste, hoi mir ist das Bein eingeschlafen oh, du blödes Spinnvieh das krippelt so schön das krippelt so schön ach so, ich hoffe das andere was ich grad mal crafted hab wir waren auch grad nochmal in der Stadt haben es noch ein bisschen umgeguckt sieht ihr jetzt vielleicht bei mir oben die obere Quest das ist für die nächsten blauen Klamotten da seht ihr auch dieses kleine Zahnsymbol und das heißt diese große Spinne die wir grad gesehen haben müssen wir farmen es gibt 5 Ausrüstungsteile waren 5 oder? ja das heißt jeder braucht 5,10 da da? da Spinnchen oh, oh, dicke Spinne oh, oh, weg Taxi, Taxi, damit sie uns gehört ey, wie wenn es stammt das hört sich dann wie Robocop ach so, genau, weil du grade hier standest oh, okay, mal stehen hm ah, Puff Puff ja die Spinnen an, die bauen wir doch noch mal nicht ja chaotischer Seelenbaum Aua also wär das Ding echt für jetzt platt gewesen so das Holz hab ich fertig oh, wie so klopfen die da jetzt alle die Bäumchen können hier nicht mal weggehen schon fertig schon fertig das Holz, ja ich muss noch drei von den Bäumchen hauen 22 Holz hm? ich hab erst 22 Holz ja 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 das ist 22 Holz ja ja das ist 22 30 großes Feuerholz weiß ich ja 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 das hat sich einfach geschlossen wieder mal sehr schön das ist immer sehr toll wenn es was tut ach, drei Holz, drei Holz, drei Holz drei Holz drei Holz gib mich Holz boah boah was wollten die alle hier randalierenisch randalierenisch da ist ein Bäumchen ich nie da auch Bäumchen das Mitglied hat sich ausgelockt das Mitglied hat sich eingelockt bitte warte noch kurz bitte warte noch kurz bitte warte noch kurz oh, was hab ich jetzt gemacht